Sag mal, was ist denn die Zeit eigentlich? Ich meine, die Zeit selbst. Sie muss doch irgendwas sein. Ist sie so eine Art Musik, die man bloß nicht hört, weil sie immer da ist? Das heißt, manchmal habe ich sie wohl schon gehört. In mir, hier drin, ins Leiser. Ich weiß. Deswegen konnte ich dich ja auch zu mir rufen. Ich sag dir jetzt ein Geheimnis. Hier aus dem Nirgendhaus, in der Niemalsgasse, kommt die gesamte Lebenszeit aller Menschen. Du machst sie selber? Nein, nein, Kind. Ich bin nur der Verwalter. Meine Pflicht ist es, jedem Menschen die Zeit zuzuteilen, die ihm bestimmt ist. Bist du der Tod? Wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr hätten, könnte keiner ihnen ihre Lebenszeit stehlen. Tja, dann brauchst du es ihnen noch nur zu sagen. Ich sage es ihnen, mit jeder Stunde, die ich ihnen zuteile. Aber ich fürchte, sie glauben lieber denen, die ihnen Angst machen. Ich habe keine Angst vor nichts.